Der Bußkanal und heute, wie ihr vielleicht sehen könnt, Panini-Sticker und zwar Webstars 2017. Hier unten steht es noch Just Stick It, kennt man vielleicht vom Nike Just Kick It. Auf jeden Fall sind das Sammelbilder von Panini und da sind wohl YouTube-Größen drin und deshalb fange ich mal mit dem ersten an. Habe ich noch nie geöffnet, habe ich mal auch in dem Video schon gesehen, ein paar Sticker, aber mehr auch nicht. Ich habe hier schon einen Glitzer-Sticker, wie ich sehen konnte. Also, ich werde die Namen vorlesen und auch die Bilder. Vanelli-Melli, ich werde einige nicht kennen. Brank-Brows-Marvin, ich glaube einer, den ich sogar, ich gucke nicht viele YouTuber, aber einen, den ich sogar selber feiere, ziehe ich auch noch als Holo-Sticker. Hans-Sapai, Hammer. Hammer. Maggie-XO-XO. Und dann haben wir hier noch ein Klitze-Klitze und zwar Jonas. Aber ja, Hammer. Zwei Sticker, zwei Glitzer-Sticker in einem Päckchen. Ist glaube ich auch für die Webstars-Päckchen ein guter Pull. So, einmal Fitti Hollywood Lädt Fit Trio Betty Gauber-Günther David Belmont Oh, das war's schon Und noch Das letzte Sticker-Päckchen Drei waren es Einmal Deko Michael Buchinger Okay David Russell Sehr, sehr gut Rocket Beans TV Sehr gut Die haben sogar Preis gewonnen Wenn mich nicht alles getäuscht hat Die haben sogar Preis gewonnen Auch sehr gut Über Spiele etc Machen die Und noch ein Glitzer-Sticker Con Crafter Luca Auch nicht schlecht Ist auch noch okay Auch noch okay Das freut mich Rocket Beans Und natürlich Hans Sabay Cooler Dude Ich hoffe das ist wieder durchgefallen Das waren jetzt mal diese Webstar-Sticker Sag ich gleich vorneweg Werde ich persönlich nicht sammeln Ich habe glaube noch Ich habe noch ein, zwei Päckchen Hier rumliegen Wird es noch ein Video geben Aber dann hat sich das auch Also Das ist jetzt nichts für mich Ja Aber ich dachte mal Öffne ich auch mal Solche Sticker-Sticker-Päckchen Ich hoffe das Video hat euch gefallen Schaltet wieder ein Bis zum nächsten Video Euer Bußkanal Bis zum nächsten Video